Ein Beispiel dafür, was es alles an musikalischem Potential in Österreich gibt, ist unter anderem auch der steirische Bandwettbewerb, der heuer bereits zum zehnten Mal über die Bühne geht und eine ungemein starke Teilnehmerzahl zu verbuchen hatte. Insgesamt haben sich nämlich 80 Bands beworben und die überwiegende Mehrheit ist mit Eigenkompositionen angetreten. 14 sind ins Finale gekommen und gemeinsam mit 10 Solisten bzw. Duos wird morgen um 19 Uhr im Grazer Kammersaal der Sieger ermittelt. Also Mangel an Nachwuchstalenten gibt es bestimmt nicht an Nachwuchsgruppen und wir haben uns aus dem reichlichen Angebot eine Gruppe ausgesucht, nämlich Cosmetics und mit ihnen ihre hitverdächtige Nummer Hello Man produziert. 4. 5. 5. 5. 5. 5. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020